Ich würde mir denken, wir machen mal noch eine Runde Vorherrschaft, in der Hoffnung, es läuft besser als gestern. Hey Leute, wie geht's, wie steht's und all wieder herzlich willkommen hier bei uns und einen wunderschönen guten Abend aus dem Gaming Room. Heute nach der Spätschicht wieder eine Runde Battlefield 1. Ich würde mir denken, wir machen mal noch eine Runde Vorherrschaft, in der Hoffnung, es läuft besser als gestern, weil gestern, das war ja nun nicht wirklich ansehnlich, will ich mal sagen, wie das dort so lief, aber das kann man ja nicht ändern. Ist auf jeden Fall schon mal dieselbe Map wie gestern, Monte Crapper. Katze, was treibst du? Halt, falsche Seite. Nein, jetzt nicht mich als Klettergerüst benutzen, bitte. Auch nicht auf den Tisch, bitte. Nicht am Mikro schnuppern. Süß. So, was haben wir denn nachher von Medaillen, die wir verfolgen könnten, jetzt mal auf die Schnelle. Was haben wir eingestellt? Königlicher Orden, der Reichskrone. Was müssen wir da alles machen? Die Top 5 erreichen, 2 Multikills machen, 20 Kills in einer Runde. Sollte machbar sein, probieren wir mal. Ich habe auch gesehen, ich habe noch 3 Battle Packs zum Öffnen, das können wir anschließend auch gleich noch mit machen. So, fangen wir erstmal an. Dann wählen wir hier mal eine Handgranate aus, eine Splittergranate aus. So, Albert haben wir erobert und rein ins Gefecht. Da steht da noch so ein Rum. Grüße. So, entweder die kommen jetzt hier gleich alle oder... Genau, reiß mal auf die Bude hier, mein Freund. Ich lasse jetzt erstmal eine Runde hin. Habe ich jetzt auch wieder mehr als einen Beule gebraucht. Und ich snipe ihn hier schon wieder vom Rande damit. Okay. Wenn man sieht, wo der liegt, dann muss er genau dort durch die Lücke geschossen haben. Und die liegen schon wieder alle da und snipeern. Das fetzt mir schon wieder gar nicht. Und von rechts wieder nach Hallöchen. Ich habe gerade von meinen zwei Katzen noch belagert. Ich hoffe, die stellen jetzt keinen Blödsinn an. Oh Gott. Ach. Danke, Keule. Sehr nett von dir. Schade. Ich hätte ihn mir gegönnt. Aber gut, nützt ja nichts. Das ist einer von mir. Schon mal sehr gut. Irgendwann ist alles frei. B bräuchten wir mal noch. B wäre sehr praktisch. Zack. Trupp ausgelöscht. Haben wir schon mal einen Multi-Kill? Wäre schon mal möglich. Ah, wir können alles ab hier drin. Ja, ich denke, es sollten alle verbrannt sein. Gibt Gummi, mein Freund. Ich bin mal der Erste, der stirbt. Oder auch nicht. Interessant. Von hinten? Auch nicht. Alles frei. Ach Gott. Der ist mich schon wieder doof an hier, ey. Wo liegt denn der? Das macht doch keinen Spaß, oder? Macht denn das Spaß, so zu spielen? Ich verstehe es nicht. Ich kann mir da nichts draus. Danke, dass du mich schönst, dass du dich wiederbelebst. Alter, Lachs. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Oh. Ich bin ein Nade. Schimmeln die hier auf dem Boden rum? Ich muss mir was anderes suchen. Ich gehe zu. Wollte schon sagen, B von der anderen Seite. Oh. Unfall. Ja. Ein Glück wechsle ich morgen wieder die Schicht und kann dann genüsslich Rainbow Six spielen. Mit den anderen zusammen. Das beruhigt mich enorm. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Oh, hau noch mal ab. Das Spiel ist ja... Nach der Spätschicht merke ich so nichts so richtig für mich. Ich glaube, das sollte ich irgendwas beruhigendere Spielen geben. Obwohl Tetris kann man auch nicht sagen. So, hast du jetzt den dorthin? Sehr schön. Ich denke, gehen wir mal zu C jetzt. So, mein Freund. So, C haben wir schon mal. A haben wir auch. B brauchen wir. B ist ganz schön umgekämpft, aber die... Ich bin zu hohl. Ich habe es auch nicht verdient. Ganz ehrlich. Wo ist er hin? Vielleicht bestimmt schon wieder mehr lang. Ah, ne. Hier oben geht er lang. Na, komm her. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Das ist schön. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Auf der Seite. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ich treffe aber auch kein... Kein Scheunentor. Wir haben das Einsatzziel Bertar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ja, beruhig dich, Alter. Ich bin eh noch in dir. Ich muss schon wieder ausflippen hier alle. 84 zu 63. Wenn wir jetzt noch was reißen, dann hier da. Oh Gott. Wir kontrollieren alle Eingriff. Fuck nix mehr. Oh, die könnte... Ach, meine Güte. Der Brauch aber auch zum Nachladen. Sunny, versuch's gerne erst. Komm's hier nicht durch. Nee, du. Das war nix. Aber gut. Wir haben gewonnen. Wie haben wir jetzt noch gewonnen? Nicht schlecht. Und noch ein Battlepack erregnet. Das läuft doch super. Astrein, würd ich denken. Hauptsache Sieg, oder? Also, nö. Scheiß, KD. Guter Bizeps. Nee, aber cool. Noch gewonnen. Feine Sache. Na, Astrein. Ich bin zufrieden. So, können wir das beenden. Machen wir noch die Battlepacks auf. Wirklich noch gewonnen? Hm. Das ist nicht verkehrt, ne? Das ist wirklich nicht verkehrt. Na gut. Also dann, Leute. Bis gleich zum Battlepack opening. So, Freunde. Da sind wir auch schon wieder im Menü bei meinem Soldaten. Level 38 fehlt nicht mehr. Fehl zu Level 39. Ganz okay. 55% Siege. Punkte pro Minute 590. Kills pro Minute 1,01. Geht auf jeden Fall besser. Aber gut. Battlepacks. Battlepack Version 15. Valentinstags Version. Uhu. Da drinnen, ne rosa, ne Knifte, oder was? Hübsch. Sehr hübsch. Verschritten. Das knallen wir weg. Aber noch ein Top XP Boost. Sehr gut. Das kann man immer gebrauchen. ins Inventar mit dir. So, machen wir auch gleich das nächste auf hier. Uh, was legendär ist. Sehr schön. Whee. Skin für 12G Automatik. Der Buckelige. Das sieht geil aus. Ab ins Inventar. So, haben wir noch eins. Und öffnen. Gucken. Was es jetzt noch gibt. Sieht auch nicht schlecht aus eigentlich. Es war nur spezial, aber... Sieht an und für sich nicht verkehrt aus, ne? Na komm, was sei der Geilste. Nehmen wir mal mit. So, machen wir noch das... Die Valentinstags-Version auf. Das ist besser, um der Thirst zu bloß machen. Ich glaube, was es gibt. Königliches Edict. Na fein. Ja gut. Na komm. War auch mein Nesse sein. Oh, ein Puzzleteil. Geil. Mein erstes Puzzleteil. Glaube ich zumindest. Ja. Puzzles hinzufügen. Können wir uns gleich mal gucken hier. Battlepacks holen. Nein, wenn ich nicht Puzzle. Vom Knüppel mein erstes Puzzle. Sehr cool. Na Mensch. Puzzleteil verschrotten. Stubblade. Na cool. Feine Sache. Trupp-XP-Boost. Geilenskin. Mein erstes Puzzleteil. Das hat sich gelohnt, würde ich denken. Ein überraschender Sieg, den ich wirklich erst ganz zum Schluss mitgekriegt habe. Ich denke, das war mal eine ordentliche Runde. Feine Sache. Also dann, ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht, beziehungsweise einen schönen Donnerstag, Nachmittag, Nacht. Ich gehe jetzt gleich schlafen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde und ciao.